Ich weiß noch nicht, ob ich das als Einzelfall aufnehme, dann herzlich willkommen. Die letzten zwei Minuten haben gefehlt, weil gerade nach zwei Minuten die Post geklingelt hat. Oder ich das zusammen schleute, dann kein herzlich willkommen. Also herzlich willkommen zurück. Hui! Ja. Aber Kinder in dem Spiel? Okay. Oh. Äh. Hallo? So ist es. Was haben wir hier? Maxtock. Ah, guck mal. Nett. Ähm. Ich find's halt geil, wie man hier, ne? Das ist so eine immersive Welt. Ich hoffe, dass das halt überall so mehr oder weniger immersiv bleibt. Aber ich mein, die haben acht Jahre daran gearbeitet. Da haben die viel Zeit, Immensivität aufgebaut zu haben. Muss man ja mal so sagen. Äh. Das ist die Frage, kann man sich irgendwie mit... Ah, hier ist ein Gitter, sonst hätte ich auf den Balkon springen können, ne? Klug gemacht. Nein. 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 Traumatik. Ich kann gerade noch mal kurz meinen... Was willst du? Nix. Äh. Mein Junk verkaufen. Ähm. Ja. Ach, du bist gar nicht, Jackie. Ähm. Das ist auch dumm gewesen von mir. Hier haben wir... Nur die ganz normalen Automaten. Da ist sonst nix. Oh, was haben wir hier? Äh. Äh. Hot Dogs, Hamburger und Pommes. Das ist schon, ähm. Nicht schlecht. Ähm. Danke. Ähm. Was? Mhm. Ein Helm. Ein neuer Inventar. Äh. Helm im Inventar. Ich habe einen... Hässlicheren, aber genau so guten. Den werde ich bestimmt nicht einsetzen dann. Ich finde das auch schon, wie die Leute hier rumlaufen und alles... Es ist schon... Es hat schon was. Also diese Stimmung, die die hier machen, du willst halt wirklich auf jedem Stockwerk irgendwie alles erkunden und, ähm... Es sieht halt auch echt real aus und das würde ich an eurer Stelle lieber nicht machen, aber... Naja. Ähm. Komm, schau, du scheiß Teil! Ja. Wie läuft das doch? Ja, schlecht, wie immer. Ist ganz klar. Ach, das sind die sogar hier. Aber man kann sogar hier... Ich meine, das ist ja das Geil, die Katze anscheinend irgendwie so gefühlt überall immerhin. Ähm. Alter, oh mein Gott, ist das ja hell. Das ist einfach nicht genug. Warte, du meinst 14 pro Tag? Also das klingt schon viel besser. Ich muss das mit meinem Partner besprechen. Ja, ich ruf zurück. Schönen Tag wünsche ich. Ja, ciao. Ähm. Was ist das mit deinem Winterkiefer? Hallo, der Herr. Ähm. Hallo? Hä? Ich kann aber nicht irgendwie hier alles aufsammeln, kann das sein? Ähm. Ähm. Das sind die mit Chips. Noch ein Wockgericht. Sushi! Nehmen Sie unser Tee spießen. Auch schön. Ähm. Ah ja. Warum eigentlich nicht? Äh. Z. Z. Ähm. Ähm. Sie kugeln sich? Wie gefällt dir mein neuer Bot? Hat mir ganz himmelig die Presse poliert. Sehr neugierig, wie er einen wie dich hat. Was meinst du? Joa. Du ähm. Hm. Woher hast du den Tread? An der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt. Da hab ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Ha, ha, ha. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Echtes Schnäppchen. Ein guter Turm hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Ähm. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Malone gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Lärm und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste schmecken. Okay. Joa, klar. Los geht's. Füße bewegen. Und den Kopf auf. Okay. Alles klar. Okay. Und da geht's mal direkt ins Training. Ähm. Ich hab nur mal überlegt damit Geld zu machen. Ich kann Kämpfe arrangieren. Äh. Äh. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerensikow sollte's gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit nen Gang runterzuschalten. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Zeig mir deine Ware. Nett. Ich mein, ich hab ein gutes Katana anscheinend. Ähm. Elektrostark. Ähm. Elektrostark. Äh. Äh. Ich kann mich eigentlich... Dann hab ich voll, ne? So. Das ist... Kann man immer, glaub ich, gebrauchen. Den Schaden. Er hätte das Angriffstempo mit Waffen. Ähm. Die kritische Trefferchance. Der kritische Schaden. Ich mach lieber den kritischen Schaden mehr. Aber... Jetzt ist das Thema. Du hast was von Kämpfen gesagt. Hm. Ich hab deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal. Aber... Ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Also Gendi. Der Rest gehört dir. Mhm. Ähm. Ja, warum nicht? Klingt fair. Wusst ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pot dir. Schaffst du es jeden Kämpfer zu besiegen. Kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glas klar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaub an den Wien. Zeit der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Mhm. Ja. Ähm. Nein, dabei könnt ihr es nicht belassen. Nein. Dabei könnt ihr es nicht belassen. Das ist halt. Ja. Goffick. Träune, ne? Mhm. Keine Infos zu deinen Gegnern. Kabuki. Das ist eine Überraschung, wie sie schon sehen. Royal Bug Gangster von der 6th Street. Da ist Arst. Kleines Caesar. Fäuste wie Eisenhämmer. Animals Club Rhino. Die Frau ist eine Legende, die hat jeden Plot. Wollen wir. Machen wir. Was ist hier passiert? Ja. Gehen wir auf den Weg. Mhm. Verschwinde, Arschloch. Ruhig. Okay. Okay. Hä? Was passiert da? Ein Händler. Ähm. Scharfschützengewehr. Okay. Oh, der will da ein bisschen mehr für als ich hab ähm. Sturmgewehr. Ähm. Ne, Moment. Ich will dir meine Waffen nicht verkaufen. Hab ich dir grad die Schrottwinde verkauft? Ich hab dann die Schrottwinde verkauft, oder? Ähm. Ja. Lass mal sehen. Das wär jetzt gar nicht so klug. Äh. Also wenn ich jetzt vergleiche. Nein. Ich will das als Vergleichswert haben. Ich hab schon eine Sache auszusehen verkauft. Ne, egal. Zielfeinrohr. Vielleicht hieß es bei schlechten Sichtbedingungen. Mhm. Werden nicht merken, was sie erwischt hat. Schau uns mal den Schalldämpfer. Äh. Ähm. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das kauf ich. Ähm. Granaten. Waffen. So, ich hab doch jetzt hier eine Waffe. Da kann ich einen Aufsatz dran setzen, ne? Habe ich gemacht. Okay. Achso. Das ist nur... Hey, jetzt hab ich doch eine Invent-Pistone mehr. Ähm. Was für eine Waffe. Lass mal sehen. Ach, das war... Ist das doch eine Quest? Dying Knight. Okay. Ich glaube, das ist einfach die Quest gewesen. Kann es sein. Du hast eben ein ikonisches Allgemeier. Zusammen mit deinem... 30 Meter. Äh. Mit diesem Katze höherwertige Version. Das Item zerstört. Wenn du eine neue Version nennst. Die ikonische Item zerstört. Wie das ursprüngliche Item zerstört. Zerstört. Aus dem Katze ikonische Items genauso abgehend wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Abgehend zu erhöhen. Das Level und die Werte des Items. So dass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Okay. Vielen Dank. Spannend. Ähm. Die ist natürlich nicht schlecht. Ja. Ruhig. Pff. Äh. Jetzt hier sind wach die Leute. hier. Ähm. Jetzt hab ich den Überblick verloren. Ach das ist nur der Händler. Und das ist auch nein. Ach. Hier. Ähm. Ne. Ne. Ich will auch keinen anrufen. Dann. Ich will das Questlog öffnen. Da. Uh. Bedrohung sehr hoch. Siege alle Gegner und sie nahe als ziehen. Beat unser Brad copy. Der Auftrag. Äh. Ich schaffe den Ping. Quick Hack. Von dem Netrunner. Ich glaub ich mach einfach eine quasi wirklich nur Haupt. Mission. Und wenn ich damit durch bin dann. Kann ich die anderen machen. Mh. Aber ich nehme erstmal den Fahrstuhl. Oh. Das find ich gut. Nachrichten im Fahrstuhl. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prummvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festival-Programm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Bibern und Turosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustrieren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen Night City. Nach der Pause. Die Cyberpsychose. Mythos oder Wirklichkeit. Bleiben Sie dran. Auf gutes Gelingen. Wo komm ich raus? Ah hier. Ist das nicht der Fahrstuhl aus, äh der Raum hier aus dem Trailer? Ich hab das Gefühl man geht so von hier zack zack bis dahin. Das ist der doch. Aus diesem ersten 40 Minuten Trailer oder? Ja, hallo. Hallo. Schade, das sind nicht alle Sensor. Das wäre auch ein bisschen zu krass alles. Aha. Zier und Ba... Zier und Ba... Als wenn die alle Namen haben. Nein. Tattoo. Alter. Alles okay. Lassen wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den hab ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt hab, du sollst da schnell raus. Keine große Sache. Der Cyberpsychose war ja bloß ein Panzer auf Kronbeine. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Genau für solche Situationen gibt es Maxtech. Zivilisten waren in Gefahr. Hätte ich einfach zusehen sollen, wie die abgeschlachtet werden? Hör mal. Im Vergleich zu Maxtech sind du, ich und jede andere Polizistin dieser Stadt bloß Zivilisten. Wenn wir uns eines Tages dieselbe Ausrüstung geben, dann kannst du gerne Superheldin spielen und Leute retten. Aber bis dahin reißt du dich zusammen und hörst auf meine Befehle. Haben wir uns da verstanden? Was? Was? Aber warum läuft sie in High Held so lang? Das ist spannend. Also vier Lichtquellen hier einfach. Ähm. Ähm. Oh, was? Ich glaube, die ist komplett drauf. Die, äh, weiß gar nicht mehr, was mit dem Leben ist. Ähm. Hallo? Interessant. Äh. Tough warning. Äh. Was? NCBD Scanner Detektor. Das NCBD zahlt für deine Mithelfe bei der Kampfverbrechen. Fixer. Diese Vermittler, äh, Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Fixer. Kontaktieren dich, wenn du einen auf, dich auf, sagst, und näherst. Nicht dumm? Hey, hey, hey. Hey! Sag nicht, dass es dein Jinguchi bleibt. Oh. Wo? Ich dachte, er wäre der Verbrecher. Jede illegale Aktivität, wie Diebstahl war als Angriff von Zivilisten, witterte, dass das NCBD ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Die, äh, Polizei wird eine Patrouille zum Tatorten senden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich vom Tatorten und verhalte dich von einer Weile unauffällig, um die Polizei abzuschüllen. Ähm. Hey! Hey! Hört doch gar nix! Oh mein Gott! Ähm. Zack, hast du... Ja, ich auch! Ich hab doch gar nix getan! Ähm. Aber hier dürfte ich doch nicht auffallen. Ich bin hier nicht! Oh Gott! Der würde einmal fällt auseinander. Höh! Hilfe! Ähm. Kann ich leider nicht alles annehmen, gerade was hier passiert? Ich laufe hier gerade einfach so durch die Stadt, weil ich, ähm, ja. Ja. Auch den Weg nicht kenne. Ich tue mal so, als wäre ich ein normaler Passant. Kann ich von einem Auto überfahren werden? Oh! Tatsache. Kann ich. Passe mich nicht an. Ach, walk. Sowas können wir in der Realität echt gebrauchen. Ja, und nachdem dieser erste komische Tag vorbei ist, würde ich sagen, wir machen den Cut. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.